KUTAN-Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN-Immobilien. Gestern am 10.06.2019 gegen ca. 16 Uhr ereignete sich ein Unfall an der Ecke der Maschke-Straße, Wollstraße in Ludwigshafen. An der mit Stoppschild beschilderten Kreuzung kam es zu einer Kollision zweier PKWs. Ein weiterer PKW wurde beschädigt, als er ausweichen musste. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf ca. 10.000 Euro belaufen. Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, mussten allerdings in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung komplett in alle Richtungen gesperrt. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Notarzt. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst wie ein Korps! Vielen Dank.